Hi Leute, willkommen zum Video mit dem BFP Schnellkraftschlitten. Der ist gut zum Training der Schnellkraft und Sprint Ausdauer. Das dazugehörige Band hat eine Länge von 4 Metern und jetzt zeige ich euch gleich mal wie man das Ding stark klar macht. Zuerst zieht man den kleinen Stöpsel, dann legt man das gewünschte Gewicht auf den Schlitten und dann steckt man den Stöpsel wieder in das kleine Loch und schon kann es losgehen. Nun schlupft man mit beiden Armen durch den Gurt und befestigt mit dem Klicker auf Brusthöhe das ganze Teil. Nun alles festziehen und es kann losgehen zum Beispiel mit einem 30 bis 50 Meter langem Steigerungslauf. Das war es auch schon wieder vom BFP Schnellkraftschlitten. Der Preis beträgt 69 Euro und ich hoffe ihr seid auch beim nächsten Video von BFP Versand wieder dabei.